Unidentifizierte Drohnen wurden gesehen, die über drei amerikanische Luftwaffenstützpunkte in Großbritannien flogen, berichtete die United States Air Force, bekannt als USAF. Die Vorfälle betrafen kleine unidentifizierte Flugzeuge, die vom 20. bis 22. November über den britischen Luftwaffenstützpunkten Feldwell in Norfolk sowie Lakenhies und Mildenhall beobachtet wurden, berichtet Butz+. Es ist nicht bekannt, ob die Drohnen von den amerikanischen Luftstreitkräften, die die britischen Stützpunkte nutzen, als Bedrohung angesehen wurden. Sie betonten auch, dass sie das Recht haben, die installierten Systeme zu verteidigen, gaben jedoch nicht an, ob ein Abwehrmechanismus eingesetzt wurde. Die Aktivitäten der Drohnen wurden überwacht und es wurde festgestellt, dass keine von ihnen die Bewohner der Basis oder die kritische Infrastruktur beeinträchtigt hat, sagte das amerikanische Militär unter anderem. Vielen Dank.